Hallo, hier ist Vronghub. Wir sind eine multinationale Kooperation, die in der Kato- und Hospitalität-Industrie mit über 15 Jahren Erfahrung spezialisiert werden. Für alle, die Ihr Restaurant-Needs braucht, in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Seid uns jetzt! Neben Esstischen und Stühlen gibt es in Esszimmern oft auch Sideboards, Weinkühler und sogar Eimerschränke und andere Möbel oder Geräte. Wenn Sie sich nicht für ein Möbelstück entscheiden, müssen Sie auch die Höhe der Arbeitsplatte berücksichtigen. Dies bezieht sich auf die Ästhetik. Die unterschiedlichen Höhen der Arbeitsplatten bringen ein Gefühl von Sprung und Lebendigkeit, während die einheitliche Höhe der Arbeitsplatten ein Gefühl von Sauberkeit und Einheit vermittelt. Auswahl an Wandkunst Das Layout der Esszimmerszene Die Behandlung der Wand Designer oft wählen, um Gemälde zu hängen, um damit umzugehen. Und die Wahl dieser Malerei ist der Schlüssel. Sowohl in Bezug auf Farbe und Inhalt müssen sorgfältig geprüft werden. Schauen Sie sich dieses Bild in der Malerei Grafiken Farbe und Esstisch Esszimmerstühle Geschirr und andere Echos Das Layout της If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good, more than 4,500 restaurants choice. We will keep surprising you. See you.